In der Heim, was habt ihr gehabt von Jiddischkultur? Keinem Kultusprach. In der Heim hat man geredet Jiddisch. Die Mama vielleicht, vielleicht vergesst noch, auf der Gass. Vielleicht reden sie Jiddisch zu mir. Die Mama redet Rumänisch. Vielleicht sind sie immer so ein Dier, sage ich. Das ist die ganze Atmosphäre in meinem ganzen Leben. Ich bin ein Jiddischkind. Versteht? Du sehn meine Wurzeln. Du sehn mein Leben. Du sehn. 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 Du sehn.